So, hey Leute und herzlich willkommen bei meinem letzten Video quasi von dieser Reihe mit dem Sind No Name Pinsel eine Alternative zu den Premium Anbietern wie Citadel und KUKAG? Ja, wir kommen hier eigentlich nur zum Fazit jetzt noch. Für alle die jetzt die anderen Videos vielleicht noch gar nicht gesehen haben oder keinen Bock hatten oder so nicht gefunden haben, obwohl ich ja eine Playlist besitze, aber ist ja nicht so schlimm. Möchte ich mal drüber reden zu den Premium sowie No Name Pinseln. Ich meine, wir haben jetzt drei Videos schon dazu gemacht, das heißt, das meiste wisst ihr ja eigentlich schon. Dies ist eigentlich nur mal eine Zusammenfassung. Wenn ihr keinen Bock habt, dann schaltet einfach ab, wenn ihr mich mögt und meine Videos gerne schaut, dann schaut es euch einfach noch an. So, was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist halt auf jeden Fall, muss ich immer sagen, die Sets. Fangen wir mal mit den Sets an. Ich habe mir ein paar Punkte hier notiert nebenbei, das heißt, da gehe ich die jetzt einfach mal grob ab. Ja, und wenn dann noch Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben und ansonsten, wie immer, wenn es euch gefällt, liken, teilen, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen und gerne auf die Werbung klicken. Dankeschön. So, weiter geht's. Sets ist bei mir das erste Stichwort und zwar geht's darum, viele verkaufen ja Sets. So, und das ist auch nicht schlimm, ich finde das sogar cool, wenn sie Sets verkaufen. Zum Beispiel die No-Name-Pinsel-Hersteller verkaufen nur im Setform, weil alles andere können die nicht vermarkten, weil was sollen sie mit einem No-Name-Pinsel einem zeigen, das bringt es einfach nicht, ja, da kommen die nicht mit weit. Das können natürlich Premium-Anbieter schon machen, die schon was im Geschäft sind, wie Army Painter zum Beispiel oder Citadel, ja, Games Workshop im Endeffekt, die können das machen, ja, die verkaufen die einzeln zwischen 4 und 16 Euro und bei Army Painter zum Beispiel zwischen, äh, was sagte ich nochmal, zwischen 2 oder 3 Euro, 3 Euro grob, fangen die an, bis 8, 9, ja. Und es ist so, die bieten aber auch Sets an. Wenn ich mich nicht irre, Games Workshop macht ein Set für, ich glaube, 45 Euro und da sind dann alle gängigen, die du einzeln kaufst, drinne, bis auf natürlich die ganz feinen, ja, die sind da nicht drin, weil die kosten so um die 14, 15 Euro, die sind da im Begriff nicht drin, das heißt, du kaufst quasi nur grobe Pinsel, du kaufst, äh, Base Pinsel, du kaufst Shade, Dry, ähm, Layer zwar auch, aber, und dann halt natürlich in den Formen M und S oder L oder M und L, wie die da immer markiert sind, kaufst du die, ja, das Pack ist, ist für 45 Euro, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, ne, so mal grad, so 45 Euro für so ein Pack und ich glaube, da sind 8 Pinsel drinne, 8, 10, ja, 10, ich glaube, 10 sind drinne, lasst mich nicht lügen. Beim Army Painter habe ich das Pack gekauft für 35, da sind aber auch 2, 4, 6, 8, 10, also ich glaube, da sind 12 Pinsel sogar drinne, ja, und kosten einfach schon mal ein Zehner weniger, ja, äh, was soll ich jetzt dazu sagen, und da sind auch natürlich drinne, Layer, Detail, äh, Dry, also die Sets sind gut aufgebaut, kann man nicht anders sagen, aber der Preis, der Preis haut da nicht so ganz hin, weil wir haben in den anderen Videos, da drauf gehe ich jetzt nicht noch mehr ein, haben wir ja schon geklärt, dass die nicht wirklich mehr aushalten, oder, äh, wie auch die No-Name Pinsel, ja, in dem Sinne, ja, also, ja, kann man sich mal so ein Set aus Spaß kaufen, aber dann wirklich nur für gut, also für, für keine groben Sachen nicht benutzen, weil sonst haut ihr da einfach Geld in die Tonne, vehement, könnt ihr die Pinsel nehmen, aus der Verpackung in die Tonne schmeißen, ja, oder ihr nehmt das Geld und verbrennt das, dann leuchtet das immerhin noch, da habt ihr mehr von, ähm, und bei den No-Name ist es so, die sind da überhaupt nicht drauf spezialisiert, auf, äh, verschiedene zusammenzupacken, wie Dry, Shade, etc., äh, die hauen einfach ihre Pinselsorten rein, und zwar quasi in der Größen einfach so 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so, und dann, dann hat sie's bei denen, ja, kosten aber dann meistens auch so zwischen, äh, 10 Euro und 20 Euro, die Packs, ja, sind also schon mal die Hälfte nur davon, für die gleiche Menge an Pinseln, natürlich ohne spezifische, könnte man sagen, ja, die kann man sich natürlich dann dadurch selber bauen, aus dem einfachen Grund, oder basteln, weil da kostet dann so ein Pinsel euch ein Euro, ein Euro 50 vielleicht, das juckt euch dann sehr, sehr wenig, würde ich sagen, und das ist so, ähm, ich würde den Pinsel herstellen, die No-Name machen, würde ich wirklich vor, äh, vorschlagen, haltet euch doch ein bisschen an die Premium-Anbieter, dann würdet ihr das mehr verkaufen können, wenn die das Ganze, äh, wirklich auch so einstufen würden, dass sie sagen, komm, wir machen ein Dry, ein Shade-Pinsel rein, wir machen ein Layer, ein Base-Pinsel oder so, ja, das ist doch nicht mehr Arbeit, es ist einfach nur, ihr sagt, ihr geht dann mit dem Strom mit, und das ist gut, weil die meisten vertrauen nur auf solchen Pinseln, und das ist halt leider noch der Fehler, weil die meisten sagen, ne, ich kauf mir nur Qualitativ-Pinsel, alles andere ist ja völlig für Müll, natürlich, ihr dürft die jetzt nicht vom Kick kaufen, oder so, ne, das ist natürlich klar, wer das macht, ist ja eh schon ein bisschen komisch, weil, ähm, da kann ich nichts erwarten, wirklich gar nichts erwarten, weil die Haare, die Fräsen, die sind, ach, die sind scheiße, ja, aber die meisten sind über Amazon, und über Amazon kaufe ich auch mal meine Pinsel, wenn fast nur, es sei denn, ich kaufe mir jetzt Army Painter oder Citadel, klar, da gehe ich ins Geschäft für, ähm, oder die Pegasus-Pinsel gehe ich auch noch ins Geschäft für, weil die liebe ich, aber ich glaube, die gibt es schon lange oder bald schon gar nicht mehr auf dem Markt, leider, das waren für mich immer die besten Pinsel, muss ich ehrlich zugeben, und wenn sie das auch mal anpeilen würden, dann würden die auch besser weggehen, weil dann kommt der Preis so krass ins Gewicht, denn ihr habt jetzt meine Videos gesehen und wisst, ihr könnt auch No-Name Pinsel kaufen, ja, und ich sage immer euch ehrlich meine Meinung, ja, das müsstet ihr mittlerweile wissen, dass ich da wirklich nicht um heißen Beiräte oder versuche irgendwas anderes zu vermarkten, ich sage euch, wie es ist, und entweder ihr sagt, ja, okay, er hat recht, oder, ne, er hat halt kein Recht, ich kaufe die immer noch so, wie ich es meinte, ja, dann macht's doch, ne, ist ja mir im Grunde egal, ich male, wie ich male, und bei mir sieht das alles ganz toll aus. So, das ist schon mal Punkt 1 zu den Sets. Die Preise habe ich ja quasi in dem Sinne eigentlich schon quasi mit abgehandelt, sie sind einfach von dem Premium, sind die viel zu teuer, finde ich, natürlich halten die gut was aus, aber die No-Name auch, ja, nur ist der Kostenpunkt, wenn der am Arsch ist, höher oder doppelt, fast dreifach so hoch, wie von einem No-Name Pinsel, ja, und damit finde ich, ja, gewinnen einfach die No-Name Pinsel trotzdem in der Kategorie auch, weil sie sind einfach besser, wenn man sie einfach dann neu kauft, tut das einem nicht so weh, als wenn man sagt, ach, scheiße, ich muss jetzt einen von denen neu kaufen, puh, naja, muss nicht sein, ne, so, und dann wird halt der alte Pinsel weiter und weiter und weiter benutzt, und die Figuren werden immer schlechter und schlechter und schlechter, ne, das ist nun mal so, manchen geht's bestimmt so, schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir natürlich, äh, der Unterschied zwar, Kulinski-Pinsel und Nylon-Pinsel, oder dann gibt's noch Pferdehaar-Pinsel, also, da tun die sich alle untereinander, klar, die eins sind was härter, die anderen sind was weicher, die anderen sind was länger, die anderen sind was kürzer, im Grunde müsst ihr einfach doch nur mal mit der Figur auf einer Probefigur mal die Farbe aus, äh, legen drauf und mal schauen, wie das Ganze wirkt, ja, bei dem einen zieht ihr halt die Farbe mehr weg, bei dem anderen bleibt sie mehr drauf liegen, das sind halt Unterschiede, die testet ihr und dann wisst ihr auch, wo ihr die Pinsel einkategorisiert. Ich hab beispielsweise bei mir überall Kategorien, welche Pinsel ich für was wirklich nur benutze, weil ansonsten gibt das einfach kein Beimalen und das müsst ihr einfach, ein bisschen Zeit müsst ihr da investieren, ne, und wer dieses Hobby betreibt, sollte Zeit sowieso haben, weil, ähm, ne, ihr könnt ja, es sei denn, ihr seid nur die Kategorie, ich nehm den, äh, die Figur, steck die in eine Dose Farbe und bin fertig. Gut, die Kategorie gibt's auch, dann seid ihr ganz schnell fertig, dann braucht ihr aber auch keine Pinsel an sich. So, nur mal so nebenbei am Rande, ja, also, da könnt ihr euch drum streiten, da sagen die einen, ich schwöre auf die, auf die Pinsel, da sage ich auch gar nicht meine Meinung zu jetzt groß, weil, ähm, das gibt einfach keinen. Dann haben wir natürlich die Bürsten oder die Formen der, der, naja, sagen wir mal generell, es gibt, ihr seht hier, wir haben diese Form, diese lange, mit dann diesem Dreieckspunkt zum Halten, wir haben die Citadel-Dinger, die einfach komplett glänzend und einfach komplett glatt rund sind, und wir haben noch die von, von, äh, Amipenta, die komplett dreieckig sind. Welche Form davon gefällt mir? Ja, hm, schwer zu sagen. Also, ich muss ehrlich gestehen, ich finde, die beste Form finde ich immer die Dreiecksform. Warum? Ganz einfach, weil ihr habt einen besseren Halt. Ihr habt einen Finger hier oben auf einer flachen Seite, die andere auf der flachen Seite, und der Mittelfinger hängt auf der nächsten flachen Seite drauf. Das heißt, ihr habt wirklich einen Dreieckspunkt, und ihr könnt diesen Pinsel, dieser Pinsel kann sich nicht drehen, das geht nicht. Und ich finde halt schön, wenn der komplett durchgehend fast ist, ähm, obwohl, es ist auch nicht schlimm, wie bei denen hier geht das auch, aber ihr seht, wenn wir den, ich packe die gerne sehr, sehr weit, weit vorne an, weil ich dann am meisten Gefühl habe, umso weiter ihr den hinten anpackt, umso schlimmer wird das Ganze. Das heißt, umso mehr ich den hier vorne anpacken kann, umso besser, weil dann habe ich mehr Gefühl zum Malen. Und diese hier machen das an sich ganz gut, denn ihr seht, ihr packt die ungefähr hier an, aber ihr seht schon mal, wie weit, okay, warte mal, das ist jetzt ein falscher Pinsel, weil der ist ja erst mal uhrlang, hier die Pinselspitze. Wir fangen den jetzt hier ungefähr an zu greifen, ungefähr am letzten Punkt hier vorne, könnte man sagen, ne, packt ihr den. Und wenn wir die jetzt mal hier vergleichen, seht ihr, haben wir grob einen Zentimeter mehr, ja, das ist ein Ausreiter, das ist okay, das ist völlig noch okay, ich würde die zwar mir auch wünschen, wenn das Stück hier bis hier vorne dran liegen würde, wie bei denen hier quasi, weil das ist genau dieser Zentimeter hiervon, ja, der dazwischen liegt, ja, genau, der ist es, würde ich mir eher wünschen. Ähm, welche Lasur da drüber würde ich mir wünschen, ja, oder auch keine. Ja, das ist immer so eine Sache, wenn ihr sehr viel schwitzt oder nervös seid beim Malen, ist natürlich so eine glatte Oberfläche sehr, sehr kacke, weil ihr gleitet oder rutscht einfach vom Pinsel weg. Das ist das Problem, wenn ihr jetzt so eine matte, raue Fläche habt, wie diese hier zum Beispiel, ja, die ist wirklich nur besprüht, aber ohne eine Lasur im Endeffekt, dann habt ihr mehr Grip, ja, das ist halt von Typ zu Typ unterschiedlich. Mich stört zum Beispiel gar nichts, ja, also mir ist das egal. Ich zum Beispiel stehe total drauf, wenn die beispielsweise hier komplett weiß sind oder komplett in Grau sind, finde ich auch ganz cool. Oder hier, hier dieses glänzende Grau, dann finde ich auch mega gut. Ja, ich mag die aber auch in matt schwarz. Ich finde halt nur schön, muss ich sagen, bei Citadel und bei Army Painter, dass da draufsteht, für was sie immer geeignet sind. Beispiel Detailpinsel und dann, und dann die Größe wäre noch nicht schlecht, wenn die draufsteht. Und wenn das mal die ganzen Hersteller, No-Name-Hersteller auch machen würden, wäre das echt klasse, ja. Ja, dass sie draufschreiben, ihr Namen ist klar, dann ihre Pinselgröße noch und dann ist das ein Detail, ein Brush, was auch immer, super Detail, wie auch immer, das erkennt man ja dann, hat einfach was, ja. Gibt einfach mehr her. Ist nicht so, so pure No-Name, dass da nur eine Null draufsteht und dann Tschüss, weg damit, ja. Beispiel diese hier haben zum Beispiel, ja, hier schön viel draufstehen, muss man sagen, was es ist, finde ich klasse, ja. So muss es sein, so gibt das auch was, das ist auch was hochwertiger. So sind die Leute auch mehr dazu bereit, den Pinsel zu kaufen, als wenn da gar nichts draufsteht, dass sie sagen, alles klar, der wurde hier irgendwo aus dem Müll produziert und Tschüss, weg damit, ne. Gibt einfach keinen, macht einfach keinen Sinn. Wie gesagt, ein bisschen sollte man auch drauf achten, ja. Ich weiß, sowas kostet immer ein bisschen mehr, aber wenn ihr sowas vermarkten wollt oder die No-Name-Pinsel sollen mehr an den Start überall, muss man da ein bisschen drauf achten einfach, ja. Und wie gesagt, gebt denen eine Chance. Ich finde, ich kaufe wirklich die meisten No-Name-Pinsel, außer halt gewisse, die kaufe ich halt da meistens. Aber wenn selbst die No-Name irgendwann schaffen, das mal umzusetzen ordentlich, warum nicht? Dann braucht man auch nicht mehr auf Citadel Army Painter Gugger greifen. Dann haben wir, ja, Verpackung. Wie sollten die verpackt werden? Ja, das kann ich euch jetzt mal, ähm, sagen. Das ist nämlich ganz wichtig. Wie macht Citadel? Citadel hat die einzeln da stehen mit so einer Kappe oben drauf. Army Painter macht das selbe im Grün. No-Name macht's in, also ich hab schon zig Varianten gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich hab gesehen, diese Variante. Und wenn ich das schon so sehe, ja, ihr seht's hier oben rechts gerade in der Ecke. Wenn ihr das schon seht, die kaufe ich nicht. Die kaufe ich nicht. Aus dem einfachen Grund, die können noch so gut sein, ne. Das könnten Verpackte von Citadel da drin stecken. Würde ich die Scheiße nicht kaufen. Äh, hat den folgenden Grund. Was ist so schwer daran? Einfach, wie hier, so eine Dose zu haben, zum Beispiel. Ja, oder so eine, so eine Dose, sag ich mal. Hier, so eine Dose. Was ist das Problem an so einer Dose? Das sieht hochwertig aus. Kostet wahrscheinlich nicht so viel mehr, muss ich sagen. Ja, und dann sind die noch da drin geschützt, mit einem Gummiband vielleicht drum, dann auf allen passgenaue Hülsen. Weil wie oft sehe ich das, wenn die zweimal in der Gegend rumgeflogen sind, was beim Postboten halt mal passiert sehr häufig, ja, dass die Hüllen alle weggeflogen sind. Und, Beispiel, hier, ganz bestes Beispiel, das ist noch in der Plastikfolie meistens verpackt. Oder kommt sogar nur so an und dann hängt schon, hier, die hängen dann schon draußen, also die fliegen schon quasi weg. Und dann sind die Pinsel schon hier, wie ihr hier seht, fehlt schon eine Eko-Komplettsinze veramponiert. Also, das ist Müll. Das ist wirklich Müll verpackt und dagegen würde ich die auch niemals unterstützen, weil ich sage, wer so wenig Liebe zu irgendwas setzt, da braucht man nicht drüber reden. Also, ihr seht, da reg ich mich auch schon fast auf wieder drüber. Ja, hier, so, ist doch auch klasse verpackt. Hier, warum nicht? Steckt doch von mir aus auch drei Stück in so eine Packung. Dann mit einem Ding drüber. Und dann die Packung ungefähr knapp bis da drüber machen quasi. Also, hier, ihr seht ja, da kann der, der kann nicht weg. Der kann nicht weg. Und das ist doch geil verpackt. So muss das aussehen. So, und dann steckt ihr die alle hier rein in so eine Box. Gummiband noch drum, damit sie nicht zu sehr fliegen vielleicht. Ja, oder ihr nehmt eine dünnere Box noch, damit sie überhaupt stramm drin liegen. Oder ihr macht noch Verpackungsbeilage wie Papier einfach rein. Das ist doch egal. Aber das ist hochwertig. So muss das aussehen, Leute. Und es gibt auch die Leute, die das in so Beutelchen stecken. Ja, die Beutel, klar, die haben was, ne? Die sehen gut aus. Aber das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer wie der Quatsch hier drüben, hier mit denen hier, ne? Aus einem einfachen Grund. Ihr macht den Beutel auf. Da sind nur diese Hüllen drauf. Und ihr versucht, die rauszuholen. Da reißt ihr erstmal schon entweder die Hälfte der Hüllen ab, ja? Und versucht dann nochmal die Pinsel rauszuholen, weil der Sack so tief ist, dass die Pinsel daran verschwinden förmlich. Oder ihr versucht, macht den Sack auf und schüttet die heraus. Und dann seht ihr schon, wie die meisten hängen bleiben. Die Hüllen fehlen. Ihr euch die Bürsten zerhämmert. Das ist halt alles. Das ist Quatsch. Das ist völliger Bumbug. Da könnt ihr nichts mit anfangen. Also wie gesagt, Hersteller. Wenn ihr No-Name-Pinsel herstellt, weil ihr habt ja keinen Shop, in dem man hier wie bei Army Painter oder Zitter, der die Sachen einfach mal so kaufen könnte, verpackt die Ware wenigstens ordentlich, ja? Und dann schreibt ihr vorne noch schön drauf, es sind so und so viele Pinsel. Hier, diese Pinselsorten sind zum Beispiel drin oder so, ja? Das ist doch toll. Das ist klasse. So muss es sein, ja? Wenn ihr das macht und da mal drei Euro mehr investiert für ein bisschen Pappe oder so oder Schutz, ja? Dann rechnet den zur Hälfte noch drauf, aber das wertet Leute auf und da sagen die Leute sich auch, oh, alles klar, die sehen so premium verpackt auch auf, weil das Auge ist mit einfach überall, ja? Die, die sich einen Namen schon gemacht haben, ja? Die schmeißen die einfach dahin oder stellen sie sich hier wie Zitadell einfach ins Regal und gut ist diese Sache, ne? Es interessiert die nicht, der der Rest, ne? Und da fehlen auch oft die Kappen bei oder so, muss man einfach sagen. Ähm, wenn ihr da dran mal mitdenkt und das macht, kann ich euch sagen, werden die Leute definitiv mehr darauf Aufmerksamkeit haben, äh, Guide, oh, das war jetzt ein Satz, oder? Ist es zu warm? Hier oben ist es bei mir viel zu warm. Also ich rede dann manchmal nur Blödsinn. Ähm, ja? Dann sind die auch gewillt, eher die Sachen mal davon zu kaufen. Und wie gesagt, ich verlinke alles bei mir unter den Videos, damit ihr mal seht so oder mal euch vielleicht einen Schubs gebt, diese zu kaufen, ja? Und, ähm, ja, worauf achte ich? Das habe ich ja eigentlich quasi jetzt in dem Sinne die ganze Zeit gesagt. Worauf ich achte, das wisst ihr ja jetzt. Ansonsten fragt mich gerne nochmal. Und das ist es eigentlich auch schon grob und ganz gewesen, ja? Zwischen Premium und No-Name. Jeder hat seine Vor- und Nachteile im Endeffekt. Aber, wie gesagt, ihr könnt auch auf die No-Name zugreifen, locker. Ihr braucht nicht immer und jemand, der sagt, es ist ja nur Premium-Pinsel, dann wisst ihr, der hat wirklich 0,0 Ahnung. Das sind dann diese Menschen, die einfach sich mal zwei Pinsel leisten konnten oder irgendwas, ja? Und sagten dann, äh, ja, ich kaufe ja nur die, nur die. Aber ihr müsst mal sehen, wie lange sie die benutzen und wie deren Figuren dann aussehen. Ja, äh, Ausnahme bestätigt die Regel ab und zu, ne? Möchte ich ja gar nicht sagen jetzt oder irgendeinen angreifen damit, aber ich sage euch ganz ehrlich, wer davon ausgeht, dass nur Premium-Pinsel die Top-Ware ist, die man nur benutzen kann für Figuren oder andere Sachen. Das ist völliger Quatsch, ja? Auf jeden Fall. Ihr könnt definitiv zu No-Name-Pinseln greifen. Und damit bedanke ich mich. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Danke ich mich für euren Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt das Video verfolgt lange. Mich würde interessieren, wer es bis zum Ende gesehen hat. Ich habe es jetzt bei den anderen Videos leider verpennt, muss ich sagen. Und daher schreibt mir gerne mal in die Kommentare das Wort Pinsel. Dann weiß ich, dass ihr das Video auch bis zum Ende gesehen habt. Macht's gut, haut rein. Bis denne.